Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister. Viele Menschen leiden unter Zukunftsängsten. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn dieses oder jenes passiert? Was ist, wenn das in der Ehe nicht klappt? Was ist, wenn es zur Scheidung kommt? Was ist, wenn ich danach keinen Mann mehr finde? Was ist, wenn ich danach keine Frau mehr finde? Was ist, wenn ich den falschen Job wähle? Was ist, wenn ich die Prüfung nicht überstehe? Et cetera, et cetera. Ich gebe euch einen Ratschlag, wie ihr all diese, und viele Menschen leiden da extrem darunter. Ich gebe euch einen Ratschlag, wie ihr all diese Zukunftsängste auf einmal beseitigen könnt. Ihr müsst nur Angst vor einer einzigen Sache haben. Beziehungsweise vor zwei. Aber die sind eng miteinander verbunden. Erstens, ihr müsst Angst haben, nicht ehrlich zu sein. Zwang, zweitens, ihr müsst Angst haben, nicht gerecht zu sein. Denn wenn ihr ehrlich und gerecht seid, wird Allah euch nicht im Stich lassen. Allah, subhanahu wa ta'ala, hat die Propheten gesandt, hat die Bücher gesandt, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten. Allah sagt, Allah sagt, In Gerechtigkeit. In Gerechtigkeit. Das ist der Sinn. Und Allah sagt in einem heiligen Hadith. Oh meine Diener, ich habe mir selber die Ungerechtigkeit verboten, so seid selber nicht ungerecht. Deswegen, wenn du ehrlich und gerecht bist, egal was dir passiert, es wird irgendwann ein Ausweg kommen. Vielleicht ist die Scheidung, die es gekommen ist, vielleicht ist das gut für dich, weil du einen neuen Mann oder eine neue Frau findest. Vielleicht ist, wenn du ehrlich und gerecht bist, vielleicht ist der Job, den du verloren hast, vielleicht ist das gut für dich, weil du danach was Besseres findest. Aber wenn das auch nicht hier passiert, spätestens am jüngsten Tag. Und wenn du ehrlich und gerecht bist, egal was dir im Diesseits passiert, es ist alles keine Strafe, sondern eine Probe von Allah, subhanahu wa ta'ala. Oh, das ist für dich da, weil du mit deinen eigenen Taten die hohen Stufen im Paradies nicht erreichen konntest. Und deswegen hat Allah dich auf die Probe gestellt, damit du durch diesen Ibtilat, durch diese Probe und durch diesen Sabr, die Geduld, die du dann hast, diese Stufen im Paradies erreichst. Deswegen frage dich bei jeder Handlung, bin ich ehrlich, bin ich gerecht und glaubt es mir, ich habe es selber schon so oft erlebt. Wenn bei mir jemand ungerecht ist, ich bin wütend, sauer, aber ich sage mir immer, das ist der Anfang von seinem Ende. Und ich habe das mittlerweile schon öfter erlebt. In dem Moment, wo sie angefangen haben, über mich zu lügen, waren sie auf einmal weg von der Bildfläche gewesen. Waren sie auf einmal weg vom Fenster.